Aus einem Nachdruck der Lutherbibel von 1534 Die erste Epistel St. Pauli, Antikorinther Paulus, berufen zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Bruder Softenes. Der Gemeinde Gottes zu Korinthen, den Geheiligten in Christu Jesu, den berufenen Heiligen samt all denen, die anrufen den Namen unseres Herrn Jesu Christi, an all ihren und unseren Örtern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Ich danke meinem Gott alle Zeit euer Halben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christu Jesu, dass ihr seid durch ihn in allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist. Also, dass ihr kein Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, welcher auch wird euch festbehalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohns Jesu Christi, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr allzumal einerlei Rede führet, auflasset nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr seid vollkommen in einem Sinne und in einerlei Meinung. Denn mir ist vollkommen, liebe Brüder, durch die aus Chloes Gesinde, von euch, dass Zank unter euch sei. Ich sage aber davon, dass unter euch einer spricht, ich bin paulisch, der andere, ich bin apollisch, der dritte, ich bin episch, der vierte, ich bin christisch. Wie es Christus nur zutrennet? Ist denn Paulus für euch gekreuziget? Oder seid ihr in Paulus' Namen getaufet? Ich danke Gott, dass ich niemand unter euch getauft habe, on Crispon und Gajon. Dass nicht jemand sagen möge, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch getauft des Stephaner Hausgesinde. Danach weiß ich nicht, ob ich etliche andere getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu teufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, auf das nicht das Kreuz Christi zunicht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, Ich will umbringen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn die, weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Sind mal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen. Wir aber predigen den gekreuzigten Christ, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, bei den Juden und Griechen predigen wir Christon, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Seht an, liebe Brüder, euren Beruf, nicht viel Weisen nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, dass er die Weisen zu Schanden macht. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, dass er zu Schanden macht, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählet, und dass da nichts ist, das er zu nicht macht, was etwas ist, auf das ich vor ihm kein Fleisch rühme. Von welchem auch ihr herkommt in Christu Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmet, der rühme sich des Herrn. Und ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, on allein Jesum Christum, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube bestehe, nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Da wir aber von reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der obersten dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Welt, zu unserer Herrlichkeit, welcher keiner von den obersten dieser Welt erkannt hat. Denn wo sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuziget, sondern wie geschrieben steht, dass kein Auge gesehen hat und kein Ohre gehöret hat und in keines Menschenherz kommen ist, das Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbare durch seinen Geist, denn der Geist erforschet alle Dinge, auch die Tiefe der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist und der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch niemand weiß, was in Gott ist und der Geist Gottes. Wir aber haben nicht Empfang den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist, welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehret und richten geistliche Sachen geistlich. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Der Geistliche aber richtet alles und wird von niemandem gerichtet, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christus Sinn. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen wie mit jungen Kindern in Christo. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht, auch könnt ihr noch jetzt nicht, dieweil ihr noch fleischlich seid. Denn sind immer einer und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr denn nicht Fleischliche und wandelt nach menschlicher Weise? Denn so einer sagt, ich bin Paulisch, der andere aber, ich bin Apollisch. Seid ihr denn nicht fleischlich? Wer ist nun Paulus, wer ist Apollo? Diener sind sie, durch welche ihr seid gläubig worden und dasselbige, wie der Herr einem jeglichen gegeben hat. Ich habe gepflanzet, Apollo hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der, der pflanzet, noch der, der begeußet etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzet und der, der begeußet, ist einer wie der andere. Ein jeglicher aber wird seinen Lohn empfahren nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Gehilfen, ihr seid Gottes Ackerwerk und Gottes Gebäu. Ich von Gottes Gnaden, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeglicher aber seht zu, wie er darauf baue. Einen anderen Grund kann zwar niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christ. So aber jemand auf diesen Grund baut, Gott, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen, denn er wird mit Feuer offenbar werden und welcherlei eines jeglichen Werks sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfahren. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er gestrafet werden, er selbst aber wird selig werden, so doch als durchs Feuer. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnet? So jemand den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Niemand betriege sich selbst, welcher sich unter euch dünket weise sein, der werde ein Narr in dieser Welt, dass er möge weise sein, denn dieser Welt Weisheit ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen erhaschet er in ihrer Klugheit, und abermal, der Herr weiß der weisen Gedanken, dass sie eitel sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen. Es ist alles euer, es sei Paulus oder Apollo, es sei Kephas oder die Welt. Es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus ist aber Gottes. Sei achtsam, die Schlange enttarnt ihresgleichen nur, damit sie dein Vertrauen gewinnt. Sie offenbart die Listigkeiten ihrer Artgenossen, um dich zu umgarnen und mit denselben Betrügereien einzuwickeln. Puh, danke für die Rettung. Sei wachsam, Schlangen sind listiger als alle Tiere des Feldes. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de